Herzlich Willkommen zu Vermögen, dem Anlage-Podcast der Deutschen Apotheker und Ärztebank. Mein Name ist Christoph Koos und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Episode unseres schönen Podcasts. Wir haben in dem Format ja öfter schon mal das Thema Vermögensverwaltung, also die Art und Weise, die es einem ermöglicht, die Geldanlage sozusagen auszulagern, an Experten gesprochen. Und wenn ich etwas in fremde Hände gebe, dann ist es ja oftmals so, dass ich schon ganz gerne wissen möchte, was passiert da eigentlich mit meinem Geld? Was machen die Menschen, denen ich das Geld anvertraue? Was machen die eigentlich so den dem langen Tag? Und ja, deshalb haben wir die heutige Episode unter das Motto gestellt, Einblick in den typischen Tag eines Portfolio-Managers. Und dazu habe ich auch einen passenden Gast eingeladen, nämlich den Timo Steinbusch. Timo ist Leiter unseres Portfolio-Managements. Herzlich Willkommen. Ja, vielen Dank für die Anladung, Christoph. Sehr, sehr gerne. Ja, als Leiter unseres Portfolio-Managements bist du ja auch sozusagen verantwortlich für unsere Vermögensverwaltungsfamilie. Das heißt, du kümmerst dich darum, dass die rund sechs Milliarden Euro, die ja mittlerweile in der Vermögensverwaltung liegen, anständig angelegt werden. Vielleicht magst du so unseren Zuhörern zum Anfang mal so einen Einblick geben. Wie sieht so ein typischer Tag bei dir eigentlich aus? Ja, das mache ich sehr gerne. Aber lass mich vielleicht kurz, bevor ich darauf eingehe, nochmal zusammenfassen. Was ist denn eigentlich die Aufgabe eines Portfolio-Managers? Weil daran kann man dann auch vielleicht griffig mal so einen Tagesablauf dann sehen, weil die eigentliche Aufgabe, die wir ja haben, ist, aus dem gesamten Investmentprozess kommt, die Informationen zu sammeln, für uns zu verdichten, das Ganze nochmal gegen den Markt abzugleichen und daraus laufend Handlungsimpulse zu generieren. Soll man Wertpapier kaufen, verkaufen oder sollen wir es im Depot halten? Auch das ist eine aktive Entscheidung, die man dann eben trifft. Und wenn man sich im Marktumfeld der Kapitalmärkte bewegt, dann muss ich dazu sagen, es ist einfach auch Beruf und Berufung liegt da sehr nah beieinander an der Stelle. Denn wenn so einen typischen Tag, wenn ich mir die mal vor Augen führe, wie das abläuft, da wacht man auf, dann nimmt man das mobile Endgerät und schaut, was ist denn jetzt in Asien passiert? Die Informationen will man dann schon mitnehmen. Man kommt im Büro an, wirft den Bildschirm auch entsprechend an und schaut mal in den Informationssystemen, die wir haben. Sind denn wichtige Zahlen reingekommen? Was ist für Newsflow denn eben noch vorbörslich, bevor die Börsen eröffnen? Das sind nämlich so typischerweise, dass Unternehmenszahlen entweder vor oder nach dem Handelsschluss veröffentlicht werden. Dass man sich das anschaut, ist da eine Portfolioposition von betroffen? Und stimme uns immer mit unserem Research ab. Haben während der Markteröffnung auch im Portfolio-Management einen laufenden Call, in dem wir eben auch uns abstimmen, was denn am Tagesgeschehen für uns relevant wird. Und wenn wir das dann gesehen haben, der Markt ist eröffnet, gibt es gewisse Trades oder Handlungsimplikationen, die wir umsetzen müssen, dann setzen wir die um und ansonsten gehen wir ins Tagesgeschäft über. Und das Tagesgeschäft, was wir dann haben, ist eben auch sehr viel Analyse-Tätigkeit, immer mit dem Ziel, eine Implikation, eine Handlung und ein Portfolio abzuleiten. Du sagtest ja, wenn du morgens aufwachst und du guckst mal schon, was so an Nachrichten überhaupt reingekommen ist. Wenn ich jetzt mal dran denke, es war glaube ich Mitte April, als du wahrscheinlich, als du morgens die Nachrichtenseite aufgemacht hast, gesehen hast, dass über Nacht sich der Konflikt in der Ost eskaliert hat, dass Israel quasi auf den Schlag aus dem Iran reagiert hat. Bist du in dem Moment nervös geworden? Oder wie kann man die Situation beschreiben? Weil das hat ja, wie wir dann im Laufe des Tages gesehen haben, durchaus Implikationen auf die Kapitalmärkte gehabt. Ja, also wenn ein exogener Schock, ein externes Ereignis eintritt, das hat ja regelmäßig Auswirkungen auf die Kapitalmärkte und da muss man halt schauen und sich überlegen, ist das jetzt ein nachhaltiger Schock, der auch nachwirkt, der auch vielleicht Trends oder Marktkräfte, die eben wirken, nachhaltig beeinflusst oder ob das nur eine Momentaufnahme ist. Das diskutieren wir, das besprechen wir. Und wenn wir uns jetzt anschauen, den Nahostkonflikt, da muss man immer ein bisschen weiter in die Vergangenheit schauen. Im Oktober letzten Jahres ging das Thema ja los. Da haben wir ja auch, weil es für uns ein Risiko eben auch war, dass wir im Blick mit haben, dass dort unten kann ja immer mal etwas passieren. Wir haben jetzt nicht damit gerechnet, dass was passiert, aber da haben wir nochmal unsere Risikoszenarien abgedatet und uns eben auch nochmal angeschaut, was wir denn mit unseren Portfolien für eine Implikation daraus erwarten dürfen. Und daran habe ich mich sicherlich im April dann noch erinnert. Das hat mich ja noch etwas ruhiger in den Tag gehen lassen, denn wir haben dort keine Investitionen eben an der Stelle. Aber nichtsdestotrotz, wenn dort was passiert mit dem Ölpreis, das kann natürlich auch, wenn der Ölpreis dadurch massiv nach oben schnellen sollte, was er ja nicht getan hat, dann auch nachhaltigere Schäden am Wirtschaftswachstum nach sich ziehen. Aber das ist halt an der Stelle nicht passiert, sodass ich da auch zumindest an dem Tag relativ zwar entspannt, aber schon mit dem richtigen Risikoblick in den Tag gestartet bin. Ganz konkret, was habt ihr an dem Tag gemacht, nachdem die Nachrichten raus waren? Also wir haben konkret nichts gemacht an dem Tag, weil wir in unserem Risikobild und auch bei der Marktreaktion, die wir gesehen haben, dass sie doch durchaus dosiert gewesen ist. Das heißt, der Markt ist in keine Schockstarre gewesen und dass der Konflikt eben eskalieren kann. Ich denke, das haben die Marktteilnehmer von Oktober kommend über die Dauer des Konflikts heraus für sich auch schon realisiert. Und halt mit zunehmender Dauer, das sehen wir ja auch beim Ukraine-Konflikt, stumpfen natürlich auch gewisse Marktreaktionen im Zeitverlauf ab. Das heißt also, Vorbereitung auf das, was theoretisch kommen könnte, ist schon der Schlüssel eigentlich, oder? Das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel bei der Kapitalanlage per se. Kommen wir vielleicht nochmal so ein bisschen zur Methodik zurück. Wie findet ihr denn eigentlich Titel, Wertpapiere, die ihr dann in die Vermögensverwaltung aufnehmt? Also Wertpapier ist ja auch immer ein sehr weites Feld, was wir haben. Also wenn wir uns mit dem Thema Vermögensverwaltung auseinandersetzen, haben wir drei wesentliche Wertpapiertypen, die wir kaufen, Aktien, Anleihen, Fonds. Fonds dann nochmal aufgesplittet in ETFs oder in aktive Fonds. Und ich glaube, wenn ich jetzt zu jedem die Prozesse einmal beschreibe, dann wird das wahrscheinlich den Umfang deines Podcasts, Christoph, hier ein Stück weit sprengen. Aber wenn wir uns mal so typischerweise erst hier mal an dem Aktienselektionsprozess anschauen, da haben wir zwei Stränge. Der eine ist ein quantitativer Filter, über den wir eine Vorfilterung von rund 1200 Aktien machen, wo wir dann nachher auf 200 runtergehen, die wir uns etwas dezidierter und genauer anschauen und die wir dann in die qualitative Analyse übernehmen. Und von denen kommen dann so 40 ungefähr ins Portfolio letztendlich hinein, damit wir auch eine ausreichende Streuung, Diversifikation letztendlich haben. Und das entspricht eben auch unserer Investmentphilosophie, dass wir eben sagen, wir brauchen ein quantitatives Element, aber auch ein qualitatives Element in den Anlageentscheidungsprozessen. Und das nennen wir bei uns dann Quantamental. Mal ganz praktisch gefragt, wenn ihr euch jetzt für einen Titel entschieden habt, dass ihr den ins Portfolio reinnehmen wollt, handelt ihr selber? Also geht ihr dann an die Börse und kauft? Oder wie kann man sich das als Laie vorstellen? Also als Laie läuft das eigentlich in so einem technischen Verfahren bei uns ab. Wir bauen die Order zusammen für die Kunden, für die die Wertpapiere dann vorgesehen sind. Und das geben wir dann zu unserem Handel hier in der Apobank. Und dort wird dann das Instrument an der Börse gehandelt. Das passiert üblicherweise nach unserem Regelwerk, das sogenannte Best Execution Policy, nachdem unser Handel dann entsprechend die Wertpapiere dann kauft oder verkauft, je nachdem, welche Seite wir gerade haben. Und hierbei ist dann halt auch nochmal wichtig, dass man durchaus von dieser Policy abweichen kann, wenn es im Kundeninteresse eben ist. Okay. Sag mal ganz kurz, Best Execution, was heißt das? Best Execution Policy. Das heißt, dass man quasi den günstigsten Börsenplatz für die Kunden nehmen muss. Okay. Und unter welchen Umständen könnte ich davon abweichen oder sollte ich davon abweichen? Das könnte zum Beispiel sein, wenn die Order besonders groß ist und man sieht, da ist an einem anderen Börsenplatz viel Umsatz und dass die Wahrscheinlichkeit, dass man da einen guten Preis bekommt, auch hoch ist. Das wird zum Beispiel so ein Szenario, wo es Sinn macht, davon abzuweichen. Ist das eigentlich grundsätzlich so? Ihr seid ja nun, wenn ihr am Markt eine Order platziert, sozusagen Großeinkäufer, um es mal übersetzt zu sagen, bekommt ihr da eigentlich besondere Preise? Oder anders gesagt, kauft ihr günstiger einen als einen Privatanleger? Also ich würde da mal auf das Thema der Fonds zu sprechen kommen, weil da wirkt sich natürlich der Effekt des Volumens am deutlichsten auch aus, im positiven Sinne für die Kunden. Denn wenn wir natürlich viel Volumen in einem Drittfonds investieren, dann haben wir da natürlich auch die Möglichkeit, über andere Anteilsscheinklassen in sogenannte institutionelle Klassen zu kommen, die etwas preiswerter sind als das, was der Privatkunde sich am Markt kaufen kann, zu dem einen Teil. Und zum anderen, wenn wir natürlich auch mal bei Produktausgestaltung mitwirken, dann kann es sein, dass wir auch hier leichte Preisnachlässe dann nochmal bekommen können. Okay. Dieser ganze Prozess, was du jetzt beschrieben hast, auch die Tatsache, dass du im Grunde eigentlich schon relativ früh morgens anfängst, mal zu schauen, was in der Nacht gelaufen ist und entsprechend spät abends, bis die Börse in den USA dann geschlossen ist, dauert es ja auch ein bisschen. Das klingt erstmal danach, dass ihr unheimlich viele Leute braucht, um diese Prozesse zu steuern, oder? Wie viel arbeiten bei euch oder mit euch in der Vermögensverwaltung in deinem Team? Also wenn wir uns Vermögensverwaltung anschauen, ist glaube ich erstmal wichtig, weil Vermögensverwaltung sind ganz viele Menschen in der Apobank. Das ist nicht nur das Team, das jetzt im Portfolio-Management ist. In IAM haben wir konkret 38 Leute, die eben für dieses Thema aktuell arbeiten im Investmentprozess. Davon sind in meinem Team 14 Leute, aber wir brauchen noch so Themen wie Risikomanager, die auch von uns funktional getrennt sind, die dann eben schauen, ob wir auch die Parameter in der Risikosteuerung einhalten. Wir brauchen Investmentstrategen, die so die große, weite Welt analysieren, wo gehen die Trends letztendlich hin. Wir brauchen die Portfolio-Manager, die das alles für sich verarbeiten und zusammenbauen, wie ich eingangs gesagt habe. Was wir aber auch brauchen, ist der Handel. Wir brauchen auch die Abwicklung. Irgendwie müssen die Wertpapiere ins Depot der Kunden kommen. Wir brauchen aber auch die Leute draußen vor Ort, die natürlich dann auch mit den Kundinnen und Kunden über die Entwicklung der Strategien sprechen, ob denn die Ideen, die man mit der Geldanlage verfolgt hat, dann auch aufgegangen ist an der Stelle oder ob man an irgendeinem Punkt etwas adjustieren muss, weil sich vielleicht bei den Kunden auch die Rahmenbedingungen verändert haben. Und somit ist eine ganze Reihe und eine ganze Mannschaft eben der Apobank mit dem Thema betraut. Wenngleich jetzt die 38 Leute, wo dieses Thema Anlageentscheidung, was ja mit einer der Kerne der Vermögensverwaltung letztendlich ist, dann wesentlich bestimmen und mitentscheiden. Wirf mal den Zahlenraum so nur roundabout. Wie viele Leute sind es insgesamt, die sich mit dem Thema beschäftigen in der Apobank? Also ich würde vermuten, das ist jetzt eine Schätzung, darauf darf man mich jetzt nicht festnageln. Ich würde vermuten, dass das so 600, 700, 800 sind. Wow, das ist richtig viel. Kommen wir nochmal zu dem Produktvermögensverwaltung an sich. Man denkt ja immer, wenn man jetzt einen Anteil daran kauft, an dem Portfolio, dann habe ich halt einen Anteil daran, aber es ist ja ein Portfolio, das für ganz viele Leute gemacht wird. Und es ist ja so, dass ihr immer sagt, nee, nee, wir machen diese Portfolien schon passgenau zu den Ansprüchen und Bedürfnissen jedes einzelnen Kunden. Wie kann das denn praktisch eigentlich funktionieren bei Tausenden von Kunden? Also praktisch funktioniert das so, der Markt ist ja erstmal für alle gleich und die Marktausgangsvoraussetzungen. Und wir bauen ja in unseren Strategien, ob wir nun die APOVV Classic nehmen, die APOVV Smart oder die APOVV Compact, die optimalen Portfolien nach unserer Sicht auf die Märkte letztendlich zusammen. Und der Grad der Individualität, der wird dann durch dieses Mischungsverhältnis der Aktienquote zur Rentenquote im Kundendepot letztendlich bestimmt. Und das ist auch ein ganz wesentlicher Anteil, der in den Gesprächen mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort eben stattfinden muss, nämlich die Festlegung, wie sieht meine Anlagestrategie letztendlich aus. Und die machen wir sehr individuell. Das grenzt uns und hebt uns eben auch, insbesondere von unseren Wettbewerbern eben an der Stelle ab. Denn wir können wirklich passgenau in 1% Schritten, das für unsere Kundinnen und Kunden anbieten, die Anlagestrategien. Das sind dann keine vorgefertigten Muster mit, ich bin jetzt ein 50-50 Portfolio, sondern wenn es 55 zu 45 sein soll, dann können wir das eben an der Stelle machen. Das heißt, ich kann hingehen und sagen, ich möchte exakt 38 Prozent des Volumens in Aktien investieren und 62 Prozent in Renten. Und dann sagt er, das bilden wir dir genauso ab. Genau. Das sollte man jetzt natürlich idealerweise nicht aus dem Bauch heraus entscheiden, sondern wirklich dann auch schauen, wie denn dann die individuelle Risikotragfähigkeit ist. Passt das zum Anlagehorizont, den man mitbringt vom Risikogehalt? Das sind ganz viele Fragen. Wie ist die Anlegermentalität eben an der Stelle? Ganz viele Fragen, die man da abklären und beantworten muss, um darauf zu kommen, auf die sogenannte Asset Allocation. Sprich, wie viele Aktien, wie viele Renten will ich haben? Und wenn man das dann getan hat, dann können wir das wirklich in 1% Schritten abbilden. Kommen wir vielleicht nochmal zu einem ein bisschen heikleren Thema. Auch ihr seid natürlich nicht davor gefeit, dass ihr euch mal irrt, dass gewisse Ein- und Markteinschätzungen einfach nicht so eingetreten sind, wie ihr sie erwartet habt. Was ist dein Tipp? Soll man in solchen Fällen einfach die Kursspankungen aussitzen und dranbleiben oder lieber die Reißleine ziehen und verkaufen? Das ist natürlich immer eine spannende Frage. Die Antwort darauf kann immer nur lauten, kommt drauf an. Ich würde vielleicht mal ein bisschen aus der Kapitalmarkttheorie kommt, nochmal den Blick auf dieses Thema richten wollen. Denn wenn wir schauen, da gibt es verschiedene Arten von Risiken. Und wir können das eigentlich in zwei grobe Cluster packen. Einmal systematisches und unsystematisches Risiko. Hinter unsystematischem Risiko verbirgt sich das Thema von Einzelunternehmen beispielsweise, die man nicht wirklich steuern kann. Systematisches Risiko ist das im Markt liegende Risiko, was man letztendlich hat. Und Aufgabe der Portfolio-Management-Einheit ist es eben, diese unsystematischen Risiken zu diversifizieren, dass man nachher im Portfolio nur noch das systematische Risiko drin hat. Und das steuern wir dann gemäß unserem Kapitalmarktview. Nun müssen wir ein bisschen USA übergewichten oder untergewichten. Das sind dann die Fragen, mit denen wir uns beschäftigen. Und das schützt davor, wenn denn da mal was schief geht, dass es auch wirklich wehtut und auch nachhaltig eben, dass das den Anlageerfolg schmälert. Also das ist nur ein Element der Risikosteuerung. Da gibt es noch eine ganze Menge an Themen drumherum, die dort spannend sind. Und die Frage, soll ich die Reißleine ziehen oder soll ich noch ein bisschen abwarten? Das hängt in der Tat immer vom Einzelfall letztendlich ab. Was ist passiert und wie sieht der View nach vorne aus bei den einzelnen Portfolio-Positionen, die man dann eben hat? Kann man das unterscheiden nach dem systematischen und dem unsystematischen Risiko, was du gerade gesagt hast, wo man eher geneigt ist zu sagen, lieber Reißleine ziehen? Also zum Beispiel, wenn ein systematisches Risiko, also der Markt wirklich in der Gänze betroffen ist? Also das systematische, unsystematische Risiko ist für mich erstmal vor die Klammer gezogen. Das ist eher die Handlungsempfehlung, breit zu streuen, um eben das Risiko einigermaßen auch im Griff und steuerbar zu halten. Wenn jetzt der Gesamtmarkt schwach ist, dann eine einmal getroffene Anlageentscheidung oder Asset Allocation, die man gemacht hat, in Frage zu stellen und zu re-adjustieren. Das ist eine Empfehlung, die ich an der Stelle nicht geben würde, sondern da gilt es eigentlich, über die Zeit hinweg investiert zu bleiben. Denn diese Auf und Abs, die wir am Markt sehen, die gleichen sich natürlich im Zeitverlauf ab. Und wenn ich dann einmal verkauft habe, dann in einer schwierigen Situation wieder in den Markt zu kommen, ist durchaus eine Herausforderung für Anleger. Denn ich muss dann ja genau entgegen meines Bauchgefühls handeln. Wenn ziemlich viele schlechte Nachrichten eben hineinkommen und der Markt noch weiter nach unten gekommen ist, dann müsste ich ja zugreifen. Und das ist was, was durchaus eine Herausforderung für Anlegerinnen und Anleger ist. Und deshalb ist meine Empfehlung und mein Rat dort auch immer, dass man dann etwas besonderer agieren sollte und die einmal getroffene Strategie dann auch in schwierigen Marktphasen durchhalten. Und die Einzeltitel, wenn da mal etwas nicht so läuft, wie es laufen soll, dafür sind wir dann da, dort eben auch einzugreifen und entsprechend korrigierend zu adjustieren. Und ein, denke ich, schönes Beispiel mag ein großer Anbieter von Telekommunikationsnetzwerken sein, vielleicht bei einem Nachbarn, der nicht mehr der Europäischen Union zugehörig ist. Das Papier haben wir im Portfolio einmal aufgenommen. Erste Woche ging es zehn Prozent runter. Da haben wir uns natürlich auch die Frage gestellt, sollen wir investiert bleiben, ja oder nein? Wir haben für uns die Antwort getroffen, ja, weil ein Wettbewerber hat die Dividende gekürzt. Unser Investment Case ist aber immer noch intakt gewesen. Und was hat der Markt gemacht? Er hat unser Durchhalten belohnt an der Stelle. Denn just in der letzten Woche hat das Unternehmen positive Zahlen vermeldet, sogar einen Dividendenanstieg. Und die Verluste sind mehr als überkompensiert worden. Und das ist eben eine der besten Positionen, die wir im Portfolio jetzt gehalten haben. Von daher immer wichtig, es kommt drauf an. Gibt es so einen Stop-Loss, wo du in jedem Fall sagen würdest, so raus, weil das kann man gar nicht wieder aufholen? Das ist natürlich schon der Zusammenhang, wenn man sieht, dass ein Unternehmen Wert verliert und wir hier an der Stelle nach unten laufen, 50 Prozent Wertverlust, heißt 100 Prozent Profit zu machen. Dort an der sagen würde, es gibt jetzt wirklich die magische Grenze, wo man das tun sollte. Das würde ich wirklich immer vom Geschäftsmodell abhängig machen. Du machst ja mal so einen entspannten Eindruck. Gab es mal in der Vergangenheit Tage, an denen du wirklich auch den Atem angehalten hast und gedacht hast, oh Gott, hoffentlich geht das gut? Ich denke, so ein Moment ist in gar nicht allzu ferner Vergangenheit. Wir müssen uns nur an die Marktreaktionen zur Covid-Zeit erinnern. 2020 im März, da haben wir ja so eine Situation gesehen, dass die Marktbewegungen in einer unglaublichen Geschwindigkeit sich abgespielt haben. Man hat auch gemerkt, dass eigentlich alle Marktkräfte, die man so kennt, nicht mehr funktioniert haben, sondern alle wollten durch die Tür letztendlich hindurch. Wir haben sehr besonnen auch dort gehandelt und reagiert. Das hat sich für die Aktienseite da auch durchaus ausgezahlt. Und da gab es schon so Marktbewegungen an einem Tag 10 Prozent runter, am nächsten Tag oder am übernächsten Tag 10 Prozent wieder hoch. Und wenn man im derartigen Marktumfeld ist, dann denkt man sicherlich auch schon mal, geht das gut? Man muss sich dann aber auch immer darauf zurückbesinnen und letztendlich erinnern, es gibt ja auch dieses Thema, der Markt wird es schon regeln. Das ist jetzt zwar sehr salopp dahergesagt, aber es gibt natürlich zu dem kapitalistischen System, was wir eben hier haben, aktuell auch keine Alternative. Naja, und man hat es ja auch im Nachgang der ersten Wochen Corona, Covid-19, hat man es ja auch gesehen, dass die Kurse sich also doch relativ schnell dann auch wieder erholt haben und ja, im Grunde genommen das zugetroffen ist, was du gesagt hast. Genau. Genau, also man muss sehen, das ist eine massive Überreaktion gewesen, die der Markt dort gezeigt hatte an der Stelle. Einfach geprägt von der Unsicherheit. Eine Situation, die wir so in der Form, in der jüngeren Vergangenheit zumindest nicht gekannt haben, dann muss das schon was weiter in die Vergangenheit gehen. Und da hat der Markt natürlich auch ein Stück weit nach Orientierung gesucht und die Notenbanken haben die dann letztendlich auch gegeben. Ist der Privatanleger Timo Steinbusch auch so ein besonderer Mensch? Das vermag ich jetzt selbst gar nicht so beurteilen zu können oder auch zu wollen. Privat kann ich natürlich nur sagen, auch da schaue ich mir die Dinge systematisch an und nimmt natürlich das, was man im Berufsalltag dort erlebt, auch mit in die private Geldanlage. Das auf jeden Fall. Bist du in eure eigenen Produkte oder deine eigenen Produkte investiert? Das ist immer eine spannende Frage, die auch gerne gestellt wird. Das steckt dir so ein bisschen dahinter. Hast du Zutrauen zu dem, was du da den ganzen Tag machst? Und das kann ich auf jeden Fall bejahen, dass ich hier in den eigenen Produkten auch selbst investiert bin. Ich bin da auch eher etwas risikofreudig investiert. Ich denke, so viel kann ich da auch durchaus preisgeben. Habe aber auch immer noch so ein kleines Depot, wo man dann selber vielleicht mal die ein oder andere Idee, die man auch im professionellen Kontext nicht umsetzen würde, dann sicherlich macht. Doch noch so ein bisschen Casino. Ja, ich sage mal, die Börse ist jetzt nicht unbedingt Casino. Das mag nicht auf jedes Finanzinstrument letztendlich zutreffen, dass wir kein Casino sind und dass unsere Prozesse eben auch an der Stelle stabil laufen und funktionieren. Das zeigt jetzt sicherlich auch immer der externe Blick, den wir uns ja auch holen. Jetzt zuletzt beim Thema der Auszeichnung der Kapital, wo wir auch für unseren Nachhaltigkeitsansatz, aber auch unser Rendite-Risiko-Verhältnis in der Vermögensverwaltung ausgezeichnet worden sind. Und dass wir hier das Thema auch gut und richtig machen, zeigen mir dann auch immer derartige Auswertungen. Und das stärkt natürlich, wenn man dann selbst mit seinem privaten Geld auch investiert ist, noch zusätzlich das Vertrauen zu dem, was man ohnehin schon hat. Sehr schön. Timo, vielen Dank für deinen Einblick in deinen spannenden Berufsalltag. Und ja, ich wünsche dir, dass du auch in Zukunft morgens einigermaßen entspannt aufstehen kannst und selbst bei schwierigen Nachrichtenlagen die Ruhe bewahrst und ganz im Sinne unserer Kundinnen und Kunden die Gelder in ruhigen Bahnen managen. Ich werde mein Bestes geben. Vielen Dank für dein Kommen und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Tschüss. Tschüss.